Oh ja, der Ladebildschirm. Hallo! YouTube, hallo meine Tube. Hallo. Ja, hallo. Hallo, ich bin YouTube, wer bist du? Ich bin da grad Zocker, wer bist du? Ich bin YouTube, wer bist du? Das ist immer so komisch. Nein, ich bin YouTube, wer bist du? Ja, hallo. Ich bin nicht YouTube, wer bist du? Ach ja. Ah jo. Hüfe, meine Krawatten ist bass und sie will meine Hand dran. Freunde, alles geht nicht, Hüfe. Mochte überhaupt eigentlich noch was? Keine Ahnung. Weil du denkst, es gibt so viele YouTuber, die eigentlich damals groß waren und heute sich keiner mehr an denen so richtig erinnern kann. Mhm. Und heute gibt es YouTuber, wo du denkst, wer soll das sein? Keine nicht. Das ist meistens so. Geister sind dafür bekannt, ihre Opfer zu stalken, wenn es dunkel ist. Ah. Ja, echt? Man geht eigentlich immer nachts einig. Meistens, ja. Ja. Bleibe nicht zu lang im Dunkeln. Nachts ist es immer dunkel. So ist es draußen. Wow. Nachts hat jemand vergessen, die Sonne einzuschalten. Hallo? Ja, bewegen. Hallo? Ich werde die Kopfkamera mit Viper. Kopfkamera mitgenommen. Cool. Wo sind wir denn eigentlich? In der High School. Bewegen Sie denn da? Thermometer nehme ich. Und eine Schattenlampe. Gut. Ich frage mich nur, wie lange der nicht mehr aufgestürzt worden ist. Gehen wir rein und fangen den Hausmeister. Hast du Fieber? Nein. Fabi-Fieber? Kann ich arbeiten gehen? Kannst du arbeiten gehen, ja. Oh. Ist ja draußen 18 Grad. Wow. Ja. Wenn wir wieder den anderen Raum dort hinten schauen. Wir kennen uns. Na nicht oder auf Gruppen? Äh, warte. Ich hab gar nicht nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob man wieder has oder sie oder er oder es. Das Geist. Die Tür geht schon einmal voll scharf. Lisa heißt der Geist und scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der allein ist zu antworten. Die Lisa. Okay. Können wir fragen, wie es der Micky geht. Hallo, bist du hier? Wo ich da die letzte Tasche nach außen kriegen? Äh, kann man nicht erinnern. Aha. Haben wir Strom oder keinen Strom? Wir haben... Telefon. Der war wo? Ich geh mal in die Richtung. Ich geh mal in die andere Richtung. Es muss irgendwie in einem Klassenzimmer sein. Jo. Ist es dieses Telefon? Dankeschön, dir auch viel Spaß. Dankeschön. Klingelingeling. Nope. 16. 17 Grad, 19 Grad. Nicht im Speisesaal. Okay. Es ist auch nichts. Es ist ein komisches Buch. Achso, es ist... Füssig. Füssig. Es hat ja der obere Stockweg auch noch, gell? bei mir ist der stromkasten okay okay ich schaue noch einmal rauf die ganzen räume hinten durch gott sind dafür räume ich hänge an einem stuhl fest wenn du das mobil mitnehmen kennst du sagst wie hoch die aktivität vom geist ist das war da klasse wie sieht es bei dir hinten aus dunkel ja außer dunkel noch nichts besonderes passiert hallo geist hallo geist my old friend gib mir ein zeichen once again vom herrenklo wird es ja nicht sein na ich glaube auch nicht dass im herrenklo Telefon zum klingen gibt denke ich auch nicht katzenklo katzenklo die haben immer noch strom ja das macht die katze froh na okay ich habe jetzt ein ruckelein im spiel gehabt hey du schau mal täusche mir oder sind einer für sich die lichtschalter schon von anfang an gerade im einschalten also bewegen sie dir am anfang gar nicht einmal keine ahnung wenn er zu oft geachtet noch du musst aber achten drauf hier vielleicht wenn ich mir nachher aufgegeben wird dann scheinbar der strom ausgehen dann hoffen wir mal nicht eisbären müssen nie weinen kassenzimmer mit fenster dann sind wir froh ja schon einmal das Fenster ist innen na ja was hast du in der Schule gemogen und was hast du weniger gemogen äh ich hab's mögen wenn es geheißen hat äh heimgehen wow klinger denk ne das gleiche ähm wie hat es schon geheißen was war deine liebste was war das liebste für dich im sport ähm umziehen klinge gehst du grad ja ich geh grad ich geh irgendwann ziehe ich die tieren aufmachen ich geh grad beim speisesaal gerade in der turnhalle ich geh grad auf ich such grad die treppen nach oben hab sie gefunden na die treppe nach oben wenn ich ein geist gefunden hätte ich weiß nicht temperatur scheint aber noch normal zu sein ja strom ist aus wo war der stromkasten bist du noch immer in der nähe ja bitte weil sonst stimmt mit so unsichtbare wände sein ist es wieder an oder ich muss jetzt hingehen ich war ja nicht klein nebenan ich muss die treppe wieder runtergehen es ist wieder an ok super so jetzt haben wir noch ja super hier 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 und hier 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 Wo bist du? Ich war grad in ein Klassenzimmer herinnern Wo bist du? Unter der Treppe war ich grad Jetzt lass mich mal das drüber anschauen Ich hab... Maaan! Geht nach innen auf Ich hab grad eine Tür? Ich hab grad versucht eine aufzumachen, ja Ok Hallo, bist du da? Nein? Ok Hast du grad eine Tür gemacht? Ja, aber da vorne nicht Ey, gibt's da noch Herrenkloof? Ich weiß ja, ob sie gestorben ist Die arme hat sicherlich mirs und hat noch keiner, weil's noch Herren-WCs gibt Oje Kannst du mir ein Zeichen geben? Aber nicht töten Ich habe 50 Sekunden Ich habe schon immer eine Ame Aber nicht töten Ich habe schon Ich habe 50 Sekunden Die Eerung Du kannst nicht mehr Die Eingriff die Eingriff Ich glaube, wir haben Raum gefunden. Aber das kann mit der Temperatur nicht stimmen, weil bei mir gerade das Telefon klingelt, wo ich bin. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin da hier oben. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin auch oben und ich bin rechts weggegangen. Ich bin auch oben auf der rechten Seite des Gebäudes. Ich bin auf der linken Seite. Links gefriert Temperaturen. Okay. Na, wo bist du? Kannst du auf den Gang gehen? Ja, ich bin gerade auf den Gang. Ah, na scheiße, ich kann nicht auf den Gang gehen. Okay. 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 Ich muss auch, wie weit sie ganz in der Nähe von mir warten. Sollte man rausgehen und mal eine Pille nehmen? Nein, lass mich jetzt erstmal den Raum mal zeigen, wo der Raum ist. Schon wieder eine Lady. Sollte man rausgehen. Ist vorbei. Du bist dann wieder hergekommen? Jaja. Hallo? So, du zeigst mir Raum. Du mit einem stolzen Gang. Das ist sogar da in Gang heraus Minus gerade. Wow. Ich schätze mal, dass der Raum dort vielleicht. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen welcher Raum das war. Es sieht wahrscheinlich in Strom wieder aus. Ach, ich komm. Ja. 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 Wer warst du das? Was ist das Minuskarte, Hot? Achso. Ja, EMF 2. Okay. Ja, mein Auto stapft, will sie sehr sauer sein wahrscheinlich. Naja, gehen wir mal nach unten. Ausgesetzt, da geht es irgendwo runter. Also. Mein Licht flackert. Ja, mein Sir. Ja, deins ist na auch? Na, mein's flackert. Okay. Irgendwie jetzt ja ich auch und sag, dass das bei dir normal geht. Die ist hinter mir. Ich hab die Treppe gefunden. Cool, wo ist sie? Bei mir da. Du müsstest den Gang wieder zurückgehen, wo du grad weißt. Ich geh mal runter, gell? Gibt's noch eine zweite Treppe irgendwo? Ja, auf jeder Seite gibt's auch eine runter. Die jagt mich schon wieder. Ich bin tot. Na. Was sind die da erwischt? Unter einer Treppe. Oh, Manu. Die Farm ist immer lauter und lauter geworden. Geh ins Licht, Steffen. Wollen wir dann halt den nächsten Auftrag nehmen? Ich geh mal... ...dings halt einmal in den... ...hinten wir ins Ruck. Die Gefriert-Empot, dann haben wir mal an die MF. Na, war aber nicht auf 5, sondern auf 2. Du könntest Fingerabdrücke schauen. Puh. Die ist ja sehr aggressiv, musst du sagen. Schon, gell? Ja. Wir waren ja beide... Also... ...ich war jetzt auf 0% und du warst jetzt auch auf 0%. Wenn? Hm. War grad... Ich geh grad da raus. Achso. Wahrscheinlich hat sie deswegen gesagt gejagt. Wahrscheinlich, ja. Wir wollten eh aus sie gehen. Na, Meta. Hm. Ich muss ja mal schauen, wo ich überhaupt bin. Okay. So, wieder ins Gebäude rein. Ich hätt' sogar Kopfkamera mit im Kopf. Na, fahr' mal. Es ist immer laut und lauter gut. Na, fahr' mal. Es ist immer laut und lauter gut. Gut. Ach so, es ist immer laut... Also, Weiter Chaplin... Gibt es das void? ich sag dämon ich sag dämon ich sag dämon ja der wandert der geist ich sag dämon 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 ich sag dämon